Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Disciples Liberation. Im letzten Part sind wir hier an der Stelle gelandet. Hier oben wird wohl seine Frau sein. Ehrmars letztes Lachen finde Ehrmars Frau. Guten Tag auch. Cheyana, Schatten der verlorenen Epoche. Die monströse, furchterregende Gestalt eines Spektralschattens schwebt über dir. Ach, Moment, bitte was? Hat er das etwa verschwiegen? Mein süßes Häppchen hat ohne Zustimmung des Rats Untote unterworfen und war dazu verdammt, ewig hier zu schmoren. Wenn das wahr wäre, meine arglistige Verführerin, säße ich hier drin und du wärst frei, das weißt du. Oh, aber du bist hier und wirst auch bleiben. Alter, was geht hier ab? So, wir haben sie hier, Schenar, Schatten der verlorenen Epoche. Also es klingt natürlich schon stark so, als ob wir hier, sag ich mal, dem Falschen folgen. Aber egal, wir machen den Quatsch jetzt einfach mal mit. Umbral macht plus zwei Moral, körperlos. Angriffe, die körperlichen Schaden zu fügen. Alter, gewährt verbünden, angefeuert, wenn sie körperlos haben. Hm, also das hatten wir ja schon mal, ja genau. Untote Horden, Magie, bla. Könnte man so eine Figur, also so eine Spezialfigur, dann auch irgendwie für sich selbst gewinnen oder so? Ich bin mal gespannt. Todes fehlen etliche und noch einige Gespenster. Es wird schwierig. Oh, in dieser Schlacht ist es erforderlich, eher mal in der ersten Reihe zu haben. Bitte ergänze die Anfangsformation dementsprechend. Hm, erforderlicher Charakter, eher mal. Okay, dann machen wir es so. Dann werden wir ihn mitnehmen. Dann für... Das ist jetzt echt die Frage. Ne, doch, wir brauchen den Damage da vorne. Wir machen es so. Chorisandre, sorry, du musst auf die Bank. Wir können hier mal ganz kurz noch reingucken, ob ich da noch irgendwas umstellen könnte. Hier hätten wir kritische Trefferchance. Wobei, da haben wir mittlerweile doch bessere gefunden, oder? Äh, Moment. Ich gucke mal gerade. Hat man da nicht so einen richtig guten? Genau, hier. Mit höherer Initiative und so weiter. Dann sieht das doch schon gut aus. 15% kritische Trefferchance. Wobei das bei ihm ja eigentlich gut aufgehoben wäre. Und er hat gar nichts. Was mache ich? Hä? Hä, warum hat der keine Sachen ausgerüstet? Was geht denn jetzt ab? Ach so, weil der neu ins Team wieder zurückkam. Oh, nee, oder? Deswegen hat er auch so wenig Damage gemacht. Hat er in der letzten Folge dann ohne Waffen gespielt, oder was ging ab? Wie ist seine generelle kritische Trefferchance? Würde ich eigentlich fast gern wieder tauschen. Aber egal, machen wir jetzt mal so. Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. So, die Sachen lassen wir wie gewohnt weg. Die zu stark sind, die wir aus der Spezialedition da haben. Ja, jetzt sehen wir ihm das hier an. Schwert der verlaufenden Wache. Haben wir da echt nichts Besseres? Ich gucke mal gerade wieder. Irgendwas mit Crit auch, oder so. Stärke und Kraft. Ja, weiß ich nicht. Ja, die Sachen hier, die haben wir ja aus dieser Deluxe Edition. Habe ich ja schon oft erwähnt, dass ich die jetzt nicht nutzen möchte. Stab des Priors kann er nicht tragen. Ja, da machen wir es mal so. Was haben... Jetzt müsste ich eigentlich bei jedem das mal so durchgucken. Was hat sie denn schön... Also, da müsste ich einen Charakter bauen. Das wird schon passen. Und die ganzen Figuren hier können ja auch solche Sachen da equippen. Sollte ich auch echt mal nutzen? LP mehr, unheiliger Schaden. Was macht die für Schaden? Unheilig wahrscheinlich, ne? Ja, unheiliger Schaden, bla. Dann machen wir das doch mal. 10 mehr unheiligen Schaden. Oder 10% mehr. So, er hier könnte ruhig ein bisschen mehr LP oder sowas vertragen. Oder wegen mir auch eine Crit-Chance oder sowas. Unheiliger Schaden. Ja, oder... Ne, komm, dann gehen wir da auf die kleinen Crit-Geschichten sozusagen. So, was hat sie für eine Crit-Chance? Auch 10% können wir dann auch auf 12% hiefen. Ey, ich muss mich echt mal darum kümmern, ey. Was mache ich da? Und hier können wir auch wieder unheiliger Schaden wahrscheinlich reindonnern, oder? Ja, unheiliger Schaden, alles klar. So. Sehr schön. Dann sieht das doch schon mal halbwegs sinnvoll aus. Jetzt, glaube ich, habe ich es ja alle gemacht. Dann machen wir mal so weiter. Ich muss mich mal auf Kamera darum kümmern und euch das dann zeigen, wie ich mich da entschieden habe und so. Und jetzt wäre es schon wichtig, dass wir gucken, dass wir mit er mal die Leute dann killen. Der kann ja seine Todeswolke da machen zum Beispiel. Das wäre schon mal nice. Mal gucken. Die sollten wir auch relativ früh zünden, weil die dann noch auf dem Feld bleibt und die Abklingzeit dann wieder läuft. Und dann können wir sie wieder zünden und so ein Kram. Mal gucken. Krass. Wie schlecht vorbereitet ich eigentlich hier durchs Game laufe. Ganz schlechte Einheiten eigentlich. Gehe immer noch voll auf körperliche Kraft gegen irgendwelche Gespenster. Es ist so schlecht. So. Jetzt machen wir es aber mal so, wie es sein sollte. Wir gehen in die Schatten. Wir gehen mal hier hin. Und gucken einfach mal, was passiert. Wenn die nämlich stehen bleiben, kann ich sie angreifen. Dann haben wir sie hier. Die kann mal hier hin laufen und dann so einen demoralisierenden Angriff da in die Mannschaft rein bollern. Sehr schön. Da war ein schöner Treffer dabei. Und jetzt ist er mal schon am Start und könnte da seine Todeswolke da zücken, die aber nicht ausreicht, um hier... Ja, hier würde ich meine eigenen Leute dann treffen. Das ist natürlich auch nicht so clever. Hier unten auch. Ansonsten, diese Knochen-Geschichte, da kann er nur gerade ausschießen und macht ungefähr so viel Damage. Hier wüsste ich es nicht. Lauf doch mal da hoch. Schaffst du das? Ja, doch, schafft er. Dann machen wir es mal so. Und vielleicht kann ich dann noch... Ah, der Angriff killt nicht. Schade. Egal. Das hilft schon mal. Und diese Todesfee, wenn ich die da oben umlegen würde, in der nächsten Runde, dann würde ich sie ja für meine Geschichte hier gewinnen. Das wäre schon mal nice. Was war das jetzt? War da ein Feld? Warum bin ich verwirrt? Ich bin nicht verwirrt. Oder ist das, wenn man zu nah an denen dran ist? Hä, was habe ich da gerade gemacht? Bin ich da durch ein Feld durchgelaufen? Ich habe es nicht gecheckt oder so. Laufen wir mal hier hin, machen auch diesen Spezialangriff. Super. Und wir sind handen, handen. Die wissen es noch nicht mal. Oh, faulender Gestank. Also jetzt könnte mein Magier hier oben sie umlegen. Und dann hätten wir schon... Er wird das schon schön kippen, das Verhältnis. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Unheiliger Schaden in einer Linie. Dann laufen wir mal hier hin. Und hauen dann den unheiligen Schaden da raus. Und erhöhen auch hier den Druck dann. Schöner Schattenblitz. Es fühlt sich irgendwie super mächtig an, was ich da gerade mache. Aber es ist es, glaube ich, nicht. Oder? Genau, wir könnten noch verschwimmen. Das wäre doch ganz geil. Machen wir auch die Spezialfähigkeit mal. Hätte ich gern gemacht. Egal, da lauf mal hier hin. Aber warum ist er hier oben jetzt verwirrt? Weil er so nah an Gespenst gelaufen ist oder sowas? Oder war da wirklich so ein Feld gewesen? Ich habe es nicht gecheckt oder sowas. All das ist möglich. Todesfeder oben. Bitte bleib stehen und lauf jetzt nicht weg. Ich möchte dich nämlich gern mit meinem E-Amada killen. Gut, der kann das auch mit der Wolke dann regeln. Das ist auch geil. Ja, stimmt. Wenn ich irgendeinen Flächenzauber irgendwo reinknalle. Oh doch, stimmt eigentlich. Das ist natürlich auch geil. Zum Beispiel meine Haupthelden, Khorisandre. Kann hier später auch irgendwelche mächtigen Zauber knallt da. Oder irgendwelche Zauberer, Elfen, wie auch immer. Ballern, Zauberer oder Elfen ballern irgendwie eine gewisse Masse von Gegnern relativ runter. Der haut dann seine Todeswolke da rein oder wie sie auch immer heißt. Und dann plötzlich werden das alles meine Einheiten. Dann ist es natürlich richtig krass, was er ja mal kann. Das muss man halt einfach so sagen. Weil dann kippt das Verhältnis dann, was weiß ich, von 10 Gegnern, die gegen mich kämpfen plötzlich. Und ich habe 10 Leute oder was. Und plötzlich habe ich 15 gegen 5 oder sowas. Das wäre schon geil, wenn man da 5 Gegner so umbollert. Die Todesfeder nerven. Ey, lass die da hinten mal bitte am Leben. Ja, jetzt gehen sie wieder fokussiert auf eine Figur halt. Ja, ein bisschen ärgerlich gerade. Ja, wir verlieren Einheiten um Einheiten um Einheiten. So, äh, wo ist denn die Todesfeder oben eigentlich hin? Ja, danke. Äh, wir haben ein Problem. Hä, wo ist, habe ich das jetzt? Habe ich so viel gelabert und habe das gar nicht mitbekommen? Wo ist denn die hin? Oder ist die auch gestorben, einfach durchs Gift oder so? Das könnte sein. Oh, Mann, ey. Ist nicht wahr. Jo, wir haben eine Einheit verloren. Wir sind eigentlich gerade nicht gut unterwegs. Schreie für mich. Es ist zum Kotzen. So, hier. Heilung. Einmal. Schlecht. Echt schlecht. Krass. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und wir... Ja, bleiben doof stehen. Was sau doof ist eigentlich. Egal. So, laufen wir mal raus. Dann mache ich mal so eine Seuche da hinten rein. Das müsste eigentlich hier klappen. Kann der soweit ballern? Ja, sehr schön. Ah, da kann ich doch. Das meinte ich halt. Knochensturm. Der ist schon heftig. Ja, der ist heftig. Der Skill ist richtig heftig. Da bin ich mir sogar echt nicht sicher, ob das nicht besser ist, als das, was Chorysandre so abzieht. Jo, ich hoffe doch. Ich hoffe, dass ich Stimme höre. Schade. Welche Figur habe ich da eigentlich verloren? So ein Zauberer, Zauberin, Schattenzauberin, oder? War das die? Ja, den Arkanen haben wir ja hier noch rumchillen. Das sollte eigentlich hier... Ne, mach hier oben deinen Zauber mal rein. Jo, der ist gleich auch weg wahrscheinlich, der Arkanen da. Ich lasse ihn mal stehen, dass er sich heilt. Ja, habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Ist die Todesfeder oben gestorben. Und ist nicht zu mir übergewandert. Ja, aber so als Finisher, die Knochen... ...um da irgendwo reinzuballern und dann vielleicht auch mit einem gewissen Crit oder sowas... ...wäre natürlich auch geil, dann richtig schön Schaden machen. Ja, und vorher schon irgendwie die Menge dort angreifen. Oder war das nicht so, dass die jetzt auch vergiftet sind oder so? Irgendwas konnte die nicht Gift hier rausziehen? Dann, wenn sie umgefallen sind, habe ich dann auch irgendwie die Einheit bekommen. So irgendwas war da ja auch noch. So, laufen wir mal da hin. Warum laufe ich nicht ein Stück weiter, um ihn dann einzukesseln? Oh, das ist so unfassbar schlecht, was ich da mache. Heimsuchung! Ja, aber egal. Wir dürfen auch mal Einheiten verlieren. Ich darf auch mal schlecht spielen. Das wird sich auch... Irgendwann hoffe ich doch mal ein bisschen ändern. Ja. Wo ist eigentlich die gute? Stimmt, da war ja noch so eine Hauptfigur hier. Dieser Schatten, Schemen, wie auch immer. Ah, da ist sie. Da chillt sie rum, die Frau. Und verängstigt hier meine Leute. Uncool. Und haut ab. Gemütlich. Eine Heimsuchung nach der anderen. Nein! So, jetzt wäre es geil, wenn wir oben mit, ähm, eher mal da finishen könnten, gleich, irgendwie, in irgendeiner Form oder so. So, wenn ich jetzt hier hinlaufe, ja, kann ich halt Druck machen. So, hier oder hier, machen wir hier, ist ja schon mal relativ angeschlagen. Jo, Orion verabschiedet sich auch gleich. Da ist ja kein, genau, da ist nichts. Laufen wir mal da hin. Habt ihr sowas Schlechtes schon mal gesehen? So, heilen wir hier Orion mal. Oh, und hinten meinen Tank habe ich eigentlich so außer Acht gelassen. So, wenn ich jetzt hier hinlaufe, kann der dann trotzdem magische Geschosse machen, ja, und wir könnten halt einkesseln. Also, lauf mal da hin. So, hier in die Zange genommen und dann machen wir halt ein bisschen mehr Damage. Oder wie auch immer. Oder zumindest mal gleich mit dem Tank mehr Damage. Oder er trifft vielleicht auch mal oder so. So, und er mal kann mit zwei Hits hier eventuell das Gespenst für uns gewinnen. Das wäre doch nett. Er blutet. Das ist sehr nett, weil dann ist gleich Feierabend. Spätestens durch das Bluten. Genau das war das auch. Nicht Gift, sondern Bluten. Und wenn der jetzt verblutet, dann, wenn das Gespenst verblutet, dann kriege ich die Einheit. So, sehr schön. Und dann kippt das Verhältnis so langsam. Wir sind zusammen. Also, mit körperlichem Schaden, das muss ich mir echt überlegen, ob ich da nicht gleich auch so eine untote Armee oder mir irgendwas zusammenstelle. Weil das da ist jetzt echt nervig, dass sich da jeder Hitler daneben geht. Also, wenn ich wieder die Möglichkeit habe, in die Stadt zu gehen, muss ich echt gucken, dass ich da mit Zauberern oder irgendwas gegen die Gespenster da agiere. Das da ist echt kolossal nervig. Weil die zerlegen hier meine Truppen da und hauen ständig ab. Und, ne, das nervt. Mit den Magiern kann ich dann aus der Ferne auch noch angreifen und so. Den da immer nachzulaufen und dann einen Hit in die Wallachei zu schlagen, das nervt halt so ein bisschen. So, zum Beispiel das hier, nachlaufen. Wir sind blind und sehen nichts und kloppen jetzt irgendwie wieder ein Luftloch. Genau. So ist es. Oh Mann. Warum habe ich das Gespenst nicht für mich gewonnen? Ist es nicht verblutet, sondern an was anderen kaputt gegangen oder was? Oh, Ehermar. Was machst du denn? Verluste, Verluste. Es ist so schlecht. Verfehlt. Traumhaft. Oh, die laufen da durch die Suppe durch und du siehst hier alles gar nicht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da ein paar Leute mal wegbekommen. Geschwächt und nochmal weg damit. So, der trifft wenigstens ordentlich. So, du kannst hier auch mal mitmachen. Jetzt läuft die da durch. Warum läuft die nicht unten entlang? Das kann doch nicht wahr sein. So, und du kannst hier wieder deinen Knochensturm machen und hoffentlich gewinnst du jetzt auch mal die Einheit für mich. Wäre mal ganz nett. So, jetzt hier. War doch so, oder? Der konnte doch die Einheiten für mich gewinnen. Och, das kann doch nicht wahr sein, ey. Mann. Wir nähern uns. Ja, wäre jetzt auch schlauer eigentlich gewesen, oben bei die Figur zu laufen und die dann eventuell umzuhauen, um dann halt... Wir halten hier die Stellung. Schön, um die wegzubekommen. Und ich müsste mal die ganzen Debuffs von mir runterholen und so weiter. Das sind alles noch so Geschichten, die muss man dann mal machen oder eine höhere Treffsicherheit erzeugen und so. Weil Treffsicherheit, wenn das in so Games nicht da ist und du verlierst dann Runden, deswegen fand ich ja dieses Körperlos- oder Ausweichen auch mega stark. Also, wenn ich es hätte, würde ich es mega stark finden. So finde ich es einfach nur mega nervig, logischerweise. Ja. Und, ähm, ja, weil du eigentlich Runden damit gewinnst. Das ist halt schon mega geil. Ja, und wir sind wieder verwirrt. Was war das wieder? Ich glaube, 15% weniger Trefferchance oder so. Geblendet sind wir dann stellenweise auch noch und so. Also, wenn die jetzt wirklich, sage ich mal, auf unserem Level wären und ein, zwei starke Einheiten noch drin hätten und richtig schlau kämpfen, da würden wir hier, glaube ich, echt noch Probleme bekommen, ne? Das kann schon sein. Mein Tank da hinten oder was auch immer das sein soll, kämpft da hinten so verzweifelt rum. Ja, ja. So, jetzt ist gleich wieder mein Orion an der Reihe. Orion, ähm, ja, stimmt, da ist ja auch die... Achso, die ist da weggerannt. Okay. Da holen wir sie gleich mal in die Zange. Gleich zumindest mal. So, hier gibt es mal einen auf den Popo. Wunderschön. So, und du machst hier deinen Knochenangriff. Gewinne ich jetzt die Einheit mal für mich. Ja, jetzt ist es soweit. Also, ist schon geil. Funktioniert nur nicht immer oder wie auch immer. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. So, und... Ja, da kann er nicht hinschießen. Und Knochensturm ist auch nicht aktiv. Dann laufen wir mal einfach da hin. So ein bisschen zentraler. Ja, sorry, dass ich die letzten Folgen ja echt ein bisschen verpeilt bin, was ich da so abziehe. Aber, ja, ich mach's mir halt auch nicht einfach mit meinen Einheiten. Also, das ist definitiv nicht so geil, was ich da so abziehe gerade. Halte ich mal komplett da unten ein bisschen hoch oder zumindest mal ein Stück weit. So, da ist noch Gift am Start. Sehr schön. Widerstandsfähig. Ja, eine Einheit verloren, aber dafür werden wir die Quest jetzt lösen. Damit kann ich leben. Vielleicht schließt sie sich mir jetzt ja an, weil sie die letzte Einheit ist, die auch überlebt hier. Vielleicht könnt ihr ja eventuell auch was auslösen jetzt, dass sie so aufgibt. Ne, sie vergisst aufzugeben. Und läuft wieder los. Und stellt sich in die Ecke rein. Oh, Mann. Aber jetzt werden wir sie einkesseln und dann war's das. Aber ich werde mich echt mal in den nächsten Folgen dann um bessere Einheiten bemühen. Um da, sag ich mal, ja, ein bisschen krasser unterwegs zu sein oder bessere strategische Möglichkeiten zu haben. Jetzt merkt man so langsam genau das hier. Dass da einfach Hits daneben gehen und einfach gar nichts mehr so recht funktionieren will. Und das ist halt absolut nicht cool. Spür den Bist, der Schlange. Das gefällt mir gar nicht. Jo, Chank. Lauf mal. Lauf einfach mal. Oder heil dich einfach. Ja, die anderen sollen das da vorne regeln jetzt. So. Mach hier Special. Genau. Wenn du irgendwann mal driffst. Und heil dich. Die werden jetzt den Druck da nicht mehr aufrechterhalten können. Du kannst hier hinlaufen und kannst dann auch deine Knochen... Oh, 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 oh. Oh, das ist so mies, oder? Wir kesseln seine Ex-Frau da ein und er haut mit dem Knochensturm da einfach oder mit den Knochen da drauf. Mit der Knochenkette oder was auch immer das ist. Ist schon echt mies, oder? So richtig miesen Nummer. So. Und du läufst mal hier hin. Schaffst du das mit den magischen Geschossen soweit? Das muss ich mir auch mal angucken. Wie weit können die Figuren überhaupt ballern und so. Und das dann ein bisschen in meine Überlegungen mit einbeziehen. Ein Gespenst. Gena, das war mal dein Gespenst. Jetzt ist es meins. So, was kannst du Schönes? Hier so ein Angriff. Okay, mach mal. Sehr schön. Und demoralisiert. Jetzt hat sie schon ordentlich Debuffs drauf. Die Arme. Panikattacke. Achso, mehr aus der zweiten Reihe. Klar. So, jetzt sollte das Ganze hier mal langsam erledigt sein. Wenn ich irgendwann noch in diesem Leben treffe. Wahnsinn, ne? Was ich schon an Runden verloren habe. Absolut krass. Klar, wenn dann mal ein Treffer da ist, ganz normaler Nahkampfschaden. Aber, boah, das war gar nicht gut, ne? Und wieder eine Einheit verloren. Hier, tot. Schattenzauberin. Weg vom Fenster. Schade. Nicht gut. Definitiv nicht gut. Aber wir müssen echt dringend hier rauskommen aus diesen Katakomben da, dass ich mir da mal andere Einheiten aufstelle, dass ich wirklich nur mit ein, zwei Tanks rumlaufe oder mit meinen Haupthelden als Tanks rumlaufe und dann der Rest Zauberer und so, so Kram. Eamas Frau bricht zusammen, langsam formt sich ihre Haut neu, bis vor dir eine bezaubernd schöne Meerjungfrau liegt. Auf ein Wort, alter Unhold. Ich brauche Antworten. Nach Zeiten des Schreckens und der Tyrannei haben wir die Welt endlich vom dunkelsten Bösen befreit. Was gibt es sonst noch zu wissen? Ja, ja. Tu, was du tun musst. Was machen wir eigentlich hier? Hast du deine Frau hintergangen? Jo, ziemlich sicher. Was ist mit deiner Frau passiert? Jeanna sagte, dass eigentlich du in diesem Gefängnis sitzen solltest. Ich habe erfahren, dass die Ehe einen lehrt, Dinge zu hassen, die man sonst nie bemerkt hätte. Meine süße Geliebte hat nur der Aggression ihres Liebeskommers freien Lauf gelassen. Sonst nichts. Du sagtest, du wolltest deine Frau befreien. Nicht töten. Für Wiedererweckte gibt es nur eine Freiheit. Den letzten Tod. Ich habe mein Wort gehalten. Aber ich gebe zu, wir sind wegen etwas anderem hier. Sie kann Risse im Raum öffnen. Nach dieser Macht suche ich schon sehr, sehr lange. Jeanna, meine arme, süße Bestie, hat sie vor mir versteckt und ist dann gescheitert. Wir brauchen diese Macht, junge Unholdin. Jeanna war eine hübsche Frau. Was ist mit ihr geschehen? Als sie noch atmete, war Neven da ein freundlicherer Ort. Jeanna stieg zur Königin auf und unterwarf die Länder und Meere. Die verlorene Epoche war ihre. Irgendwer musste sie aufhalten und ich habe es getan. An diesem Ort verdarb Järnas Fleisch langsam. Genau wie die Welt. Diese Welt macht uns auf die eine oder andere Art alle zu Monstern. Du wirst es irgendwann verstehen. Du hättest doch einfach sagen können, dass du diese Macht brauchst. Egal. Nimm sie und dann raus hier. Ein seltsames Lächeln umspielt Eamars Lippen. Er stößt seine Hand tief in den Leichnam der Meerjungfrau und reißt ihr Herz heraus. Ein schwarzes Ding aus dem dicker, öliger Eiterquild. Ist es nicht wunderschön? Das ist widerlich. Ist es. Du meinst wohl widerwärtig. Ist heute jeder ein Kritiker? Eamars dreht sich weg. Als er sich wieder zu dir dreht, ist das schwarze Herz verschwunden. Öliger, schleimiger, äh, öliger Schleim tropft ihm vom Kinn. Und seine Augen leuchten fremdartig. Es ist vollbracht. Die Macht gehört mir. Nicht deine, unsere. Die Macht ist mein. Okay. Nutze sie, um uns hier rauszuholen. Gut. Die Macht gehört dir, aber nutze sie weise und finde einen Ausweg. Eamars klopft dir auf die Schulter und er lacht heiser und herzer. Du musst lernen, Spaß zu haben, junge Unholdin. Eines Tages blicken wir voller Sehnsucht auf die Tage des rücksichtslosen Tötens zurück. Koste es aus. Untote Horden. Weltfertigkeit haben wir verbessert. Neue Ausrüstung und so weiter. Stimmt, der könnte ja auch so einen Magierstab da tragen. Was wir hier nicht alles so treiben. Moment mal, habe ich mich da oben auch rechts und links immer so umgesehen? Ja, stimmt, da war nichts. Okay, raus hier. Also wir haben jetzt die Weltfähigkeit hier erhalten. Wir müssen dringend jetzt mal, wie gesagt, aus diesen Katakomben da raus. Das wäre mal ganz nice. Was haben wir noch für Quests hier? Rückkehr nach Relieren. Sonst gar nichts mehr. Hier oben war, glaube ich, noch ein Kampf. Oder? War da was? Oder wo war ich hier überhaupt? Oh, was bist du denn, Schönes? Und tote Scherken. Jo, aber die können wir direkt besiegen. Das machen wir jetzt auch mal. Wobei, bearbeiten. Wir haben ja einen Einheitenplatz jetzt auch sogar frei. Arkana. Oder eine Besessene. Ne, Arkan. Wir brauchen die Magier. Ja, genau. Also hier, Arkana kommt mit. Und das ist genau das, was ich im letzten Part gesagt habe. Und jetzt kann der einfach direkt mitleveln, weil wir hier gewinnen. Und da steigt er doch direkt eine Runde auf. Sehr schön. Ich will jetzt einfach nur noch hier rauskommen. So viele Käfige. Ich frage mich, was mit den Leuten geschehen ist. Willst du das wirklich wissen? Okay. Ne, also da scheint wohl doch noch mehr los zu sein. Wir werden dann im nächsten Part uns hier noch genauer umsehen. Uns das Ganze hier. Ich muss los. Meine Tochter braucht mich. Mein Haus braucht mich. Ich muss ein bisschen arbeiten. Jo, dann werden wir uns hier genauer umsehen. Ich bin gespannt, was hier noch abgeht. Und dann müssen wir halt hier rauskommen. Dann muss ich auf Magier umstellen. Eventuell auf die Untoten umstellen. Untote mit Untoten besiegen. Oder einfach hier die Hauptquist bannen. Und dann in ein neues Gebiet, dass wir die andere Armee da endlich mal freischalten. Bei den Untoten selbst sind wir jetzt ja echt gut im Kurs, glaube ich. Freundlich, schon recht hoch. Sind kurz vor geehrt. Und wir brauchen, glaube ich, nur geehrt, um diese Fähigkeit freizuschalten. Oder? Oder brauchen wir verehrt? Also, ich gucke mal gerade. Diese wirklich gute Fähigkeit da. Hier brauchen wir geehrt und hier brauchen wir verehrt. Okay. Okay, man muss also ganz bei der Einheit ganz nach oben packen, sozusagen. Das hat mir halt auch gut gefallen. Hier 10 Prozent. Für jede Einheit im Friedhof erhalten Einheiten der Untoten Horte 10 Macht bis zum Ende des Kampfes. Das ist halt auch nicht schlecht. Und 10 Kraft. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Macht und Kraft? Ist Macht, Magie und Kraft ist halt Angriffskraft. Oder was war das? Weiß ich nicht. Jedes Mal, wenn eine Einheit der Legion der verdammten Rote oder Goldene AP für den Angriff einsetzt, erhält sie 10 Kraft. Das ist halt auch recht heftig. Und Initiative. Also, die werden auch immer noch schneller und so. Das ist halt schon heftig. Und kriegt hier Lebenspunkte zurück und so. Mit mehr LP generell schon. Also, ich bin echt immer noch bei denen bei Betretzens. Stimmt. Und von denen, da haben wir doch auch dafür gesorgt, dass die diese Priesterin da gefuttert haben. Die haben wir doch auch verfüttert an die. Oder halt hier die Elfenallianz. Auch hier ausweichen, höher zu skillen. Eventuell kann man dann auch noch irgendwelche, hier die Runen anlegen, dass die auch noch stärker ausweichen können. Und dann sind wir genauso nervig wie das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Wäre natürlich auch geil. Die Elfenallianz, die ballert irgendwie raus. Fernkampfangriffe wird von Runde zu Runde irgendwie. Oder ich muss mal gerade gucken. Schnell wie der Wind. Und jede Runde, die eine Einheit der Elfenallianz auf dem Schlachtfeld bleibt, erhält sie, also einfach, das steigt dann hoch. Und sie haben mehr Angriffskraft generell. Fernkampfeinheiten der Elfenallianz, 20% mehr Schaden. Und das dann mit unserem Eiyama verbinden, der die ja absolut hasst, hat er gesagt. Wäre aber irgendwie schon witzig, wenn der dann auch seine Knochenwolke da rausballert und so Zeug. Ja, mal gucken. Ja. Und hier Widerstände. Ja, aber Widerstände sind gar nicht mal so geil, wenn man halt immer noch weiterhin getroffen wird und so. Und dann habe ich ja lieber Einheiten, die ausweichen können, die irgendwie körperlos sind und so weiter. Hier oben zum Beispiel körperlos auf Elvianna. Das ist halt auch heftig. Naja, wir werden es sehen. Macht auf jeden Fall mega Bock, ihr merkt es. Und wir gucken noch ganz kurz, was wir da vielleicht bekommen haben. Ist da was Sinnvolles dabei? War ich da gerade drauf? War wahrscheinlich dieser Zauberstab hier. Aber Kraft und Macht, bin ich da gerade völlig bescheuert. Ist das das Gleiche oder was? Verstehe ich jetzt echt nicht so ganz. Vielleicht kommt das aber noch, was Macht ist. Kann natürlich auch sein. Ah, hier. Gewährt 5% Schaden gegen alle Einheiten anderer Völker. Oh, das sieht auch gut aus. Plattenstiefel. Oh, eine Crit-Chance ist da drauf. Geschicklichkeit sehr hoch und Urwiderstand. Und ist selten. Hat man nicht da schon was Gutes? Naja, aber da möchte ich sowas mit Crit. Ich liebe einfach Crit. Das ist auf jeden Fall nice. Ich würde sagen, das ziehen wir auf jeden Fall schon mal an. Haben wir schon mal 16% Crit-Chance. Das ist sehr gut. So, und hier haben wir das hier gefunden. Intelligenz und Konstitution. Aber wie gesagt, Crit-Chance. Ja, und da müssen wir vielleicht auch mal skillen, umwandeln. Wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Macht mega Bock. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Ich mache jetzt Schluss. Wie gesagt, Tochter braucht mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.